Das ist, das ist sehr lustig, hab ich schießen mit Wasserspitzpistolen, äh, Flammenwerfern. Alles was mit schießen geht, das mache ich ja mit der Tastatur. Das wäre eine gute Idee. Werde ich auch. Äh, ich spiele dich teilweise auch mit dem Controller. Nee, ich bin nie so der Controller-Shooter. Gesundheit. Anfangswaffe. Ah, diese scheiße Erkältung, ey. Anfangswaffe, hä? Egal, du kriegst ja alle Waffen, die du dabei hast. Komm, einfach los hier, auswählen. Ja, 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 egal. Ich will einfach los hier. Ich will einfach nur spielen hier. Genau. Sitzung starten, fertig. Ey, ich kenn gleich die gute Stelle. Da sammeln wir uns dann gleich. Ja, Stelle, weil ich hab die Mission schon mal gespielt. Spoiler-Alarm. Und es ploppen dann auch immer wieder auf der Karte Wochen auf. Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Ich erklär ihm doch nur, wie der Modus funktioniert. Dürbnis ist alle gut mit. Ja. Ah, schiere Maske. Lasst die Helis für mich, ich hab mal gegenwärter. So, kommt mir aber gleich mal nach, kommt mit. So, einer geht da zu dem Müllcontainer, deckt nach hinten. Die anderen gehen hier in Deckung. Wo? Doc. Hier, zu mir. Wie geh ich in Deckung? Was ist das? Äh, Deckungstaste. Kuh, 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 Kuh. Kuh, Waffe nehmen. Ich hab noch ne Waffe. Los, bezieh mal ne Waffe. Genau, sowas. Wow. Und jetzt kommen die Gegner. Auf dem Winnie-Web siehst du, wo sie angreifen. Die sind noch zu weit weg, sind noch zu weit weg. Jetzt kommen sie. Äh, ob da schießt du? Auch da. Auf die Ziele, da hinten sind sie doch. Ja, kommen sie. Ich hab nur ne Schrotflinte, ich kann nicht so weit schießen. Ich glaub, es war schon. Warum hast du nur ne Schrotflinte? Ich hab mir auch keine andere Waffe gekauft. Alter. Ja, keine andere. Habt ihr auch noch keine Waffe gekauft? Das ist ernst, was ich gemacht hab? So, es kommen die nächsten. Ja, das hab ich auch schon. Ich seh, ich seh niemanden. Ja, schau. Geht doch weit. Alles, was sich bewegt. Achtung, einer flankiert von links. Ja, gibts links. Eins, meins. Ne, meine Seite. Es kommen dann eh Fahrzeuge auf der linken Flanke dauernd. Ja, Kamerab, sie darfst du machen. Er ist nicht da, komm man. Er kommt. Jawohl. Hab ihn. Komm, noch mehr. Ganz hinten ist noch einer. Wenn ihr vorgeht, dann, äh, wenn ihr, also, Panzerung braucht, sammelt Panzerung auf, sammelt euch Waffen auf. Wir kriegen sonst keine Munition und nix. Und pass auf, das wird noch richtig haarig. Die kommen mit Helikoptern, die kommen mit so viel Sachen. Das ist ja genau was für mich, du. Es gibt... Es kommen bis zu zehn Wellen. Äh, wenn wir früh sterben, ist es aber auch egal, du kriegst noch zu punkten. Immerhin zwei Kills gemacht. Ne, man. Ich steck wiederum auf Controller. So, also sammelt Zeug auf. Schau, da steht zum Beispiel Hartmann, da liegt ein Sturmgewehr rum. Schnapp du dir das gleich mal. Da ist noch ein Sturmgewehr, das andere nehmen und dann wieder zurück in die Pose, wo wir waren. Sturmgewehr, Sturmgewehr, wo wir jetzt. Links von Hartmann. So, da kommt wieder Deckung, die kommen gleich wieder. Es kommen dann später wirklich richtige Maschinengewehr, das ist dann geil. Sie kommen. Ah ja, hab ich ja. Äh, das ist RB oben. Ah ja, das zieht ihr automatisch hier. Ach so, das ist, weil Hartmann die Zielhilfe drin hat. Munition sparen, die ist wirklich nur, wenn du dich treffen könnt. Ah, ich hab doch extra, extra Schaufschützen in der Serie, ja. Einer kommt von links. Fuck, da kommt einer ziemlich nah. Nachladen in Pause. Falle einsteig, es ist kein Gegner mehr da. Die respawnen gleich wieder. Moment, Achtung, sie kommen noch, die Welt ist noch nicht zu Ende, Hartmann. Bleib in Deckung. So, da kommt wieder was, ja. Sie kommen wieder. Warum endlich mal ein Zarschützer, mit dem ich zoomen kann, das wäre mir echt kursreich. Einer ist da noch. Äh, den Runner hab ich grad. Ja. Ja. Nix hinten ist wieder einer. Der letzte. Hint da noch irgendwie fest. Wir hatten wenig. So, nächste Runde dürften Helis kommen. Ähm, Fahrzeuge kommen. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du mir, ich hab einen Raketenwerfer. Kein ist ja, ich erwisch den nicht. Wackelt zu sehr. Moment. Äh. Ja, Scharfschutz und Gewehr gewinnt. So, jetzt schnappt euch die Waffen. Gefechts-MG. Ah, das ist geil. Das Gefechts-MG ist richtig geil. Würde ich mir aber aufheben für später. So, wie viel haben wir noch? So, gehen wir in Position. Jungs, in Position. Eine Sekunde noch. Zurück, schraub, hop, hop. Hängt dran, die kommen jetzt mit Fahrzeugen auf. Also, vor allem jetzt die linke Flanke aufpassen. Es hat Notfalls mir einfach durchgeben. Ja, ich schau mal direkt aufs MG. Ich heb das MG lieber noch für später auf. Ich weiß nicht, wie das ausweilen kann. Ähm, geh auf dein Waffenrad. Und dann hast du bei manchen Waffen so eins von drei. Dann kannst du einfach rüber, äh... Kannst du einfach wechseln. Durchschalten. Also, du kannst mit jedem Typ... Ich weiß ja, ich versau den. Du kannst mit jedem Waffentyp jetzt mehrere Waffen mitnehmen. Nicht so wie früher. So, nachladen. Fahrzeug von hinten. Achtung, Radmann. Ja, ich hab da ein leichtes Problem. Wow. Noch ein Fahrzeug. Achtung, von vorne noch einer, von vorne noch einer, Jungs. Oh, sorry. Fahrzeug ist aus dem Betrieb. Faktisch ist noch mich. Ja, ich hab getroffen. Meine Wüstung ist da und ich brauche eine Wüstung. Ja, gibt's bei mir. Ich hol mir die schnell. Wie kann ich dann hier wechseln? Da hinten ist noch einer, ne? Ach, sitzt irgendjemand am Tag? Ja, ja. Ja, wieder. Kann ich nicht. Lass ihn wieder kommen. Oh, geht. Da kommt wieder automatisch. Wir könnten natürlich mal vorgehen, die Ausrüstung holen. Und den dann erst abknallen, wenn wir wirklich alle ausgerüstet sind. Also Waffen, Munition und so aufheben. Auch wenn die Leichen gehen, die haben auch Munition und Waffen teilweise. Er bewegt sich. Kommt zu euch rüber, links. Lasst ihn so lange am Leben wie möglich. Ja, dann ist es schnell. Lasst ihn so lange am Leben wie möglich. Ja, dann ist es schnell. Lasst ihn so lange am Leben wie möglich. Da ist schon fast bei mir. Die Jungs sehen noch aus. Ne, mach weiter, mach weiter. Lauf, das geht, lauf, das geht. Sammelt ein, sammelt ein, Leute. Da geht zu euch rüber. Panzerung eins sammelt, wenn ihr braucht. Geht noch, der ist noch da. Lädt nach. Bei mir ist noch eine Panzerung feste. Schrotflinte. Geht's? Ja. Achtung, er kommt, er kommt zu uns. Okay, das war die Runde. Gut, ich brauche jetzt mehr Ausrüstung, ich habe jetzt nichts bekommen. So einen Gegner. Ich habe genug. Ja, du kriegst dann nächstes. Du hol dir jetzt einfach alles, was jetzt spawnt. Und wie gesagt, geh auch über Leichen drüber. Sehr gut. Und die anderen bitte wieder zurück in ihre Positionen. Achtung, geh, fängt schon wieder an. Alter, was hat der denn für eine Ausdauer hier? Das ist ja... Den kannst du trainieren, denn du viel läufst. Das habe ich gemerkt. Ich habe meinen Schufe auf Ausdauer gemerkt. Ich habe vorher auch mal Haktung Läufer bist du schon. So. Ja, ich fahre mit dem Rad herum. So, geht in Deckung. Ja, kommen sie. Ja, wodurch kriegst du auch Ausdauer. Soll sie spawnen, oder? Soll sie spawnen, oder? Soll sie spawnen, oder? Du hast auch die Schrotflinte, gell? Die Slug-Schrotflinte. Das ist übel einfach im Nahkampf. Heli! Heli, komm! Meiner! Komm, du Arsch! Ich muss das Fahrzeug aus dem Weg anbieten, das steht mir im Weg. Schießt weiter, jungs. Fuck, getroffen worden. Geht in Deckung. Wenn sie näher kommen, geht auf Maschinenpistolen. Das ist dann effektiver auf dem Nahkampf. Achtung, von rechts, rechte Flanke! Achtung, Maschinengewehr-Schütze! Fuck, da kommen jetzt viele. Ah, die Hälfte ist weg. Achtung, rechte Flanke, rechte Flanke, wieder! Das war's schon wieder. Oh, fuck, weil ihr viel überlebt. Also weiter sind wir gar nicht gekommen, beim letzten Mal. Diesmal hab ich auch noch ganz schön gesprayt hier, ey. Ja, es ist auch gut so. Nehmt wieder Munition, Rüstung, was ihr braucht. Ey, ich will doch nicht da hin, das fände er. Ich gebe mir wieder die Panzerweste da. Ey, warum? Elf Sekunden noch. Ich will mein rosa Präzisionsgewehr haben. Achtung, geht in Deckung, es geht gleich wieder los. Es war ein bisschen weit, war nicht. Ich weiß nicht, ob wir alle 10 schaffen, aber es gibt ja für jede Runde wirklich viel Punkte. Und für die Kills gibt es auch Punkte, also du levelst im Überlebenskampf extrem schnell. So, kommt zurück, Jungs. Alter. Sie spawnen schon wieder. Fuck, die sind schon gepanzert. Ich krieg sie mit einem Schuss im Präzisionsgewehr gar nicht mehr down. Ey, was ist denn hier los? Ach, scheiße, keine Munition mehr. Weil er rosaubt das Gewehr her. Dann Waffe wechseln. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mir, ich hab dir frei. Rechts. Ja, wir schaffen es schon. Ja, hab ich gesehen. Ah, fahrt der Fahrzeug von hinten, Hartmann. Schaffst du's? Ah. Wenn du Hilfe brauchst, sag's mir. It happened. Fuck you. Ah, von vorne. Oh, scheiße. Da ist einer nah. Da ist einer nah. Ich hab' den Gefechts-MG ausgesammeln müssen, das. Fuck, da kommen sie jetzt. Ich schmeiß' ne Granate. Ach, ich schmeiß' ne. Pack's hier. Rechts. Ja, wir packen's. Rechts drüber, zwei. Das ist eurer. Rechts kommen ein paar. Achtung, hat man links die Flanke! Die kommt jetzt bei uns links durch! Ja, links durch! Nachladen! Scheiße! Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrt mal, komm zurück! Ich helf dir aus, linke Flanke! Oder stopf's nicht alleine! Eine Unterstützung wäre ganz nett! Deckung! Oh, was auch! Hat's was gebracht? Starf ich! Fuck, du bist gestorben! Die haben dich flankiert! Komm, lieber links! Du spawnst eh gleich wieder! Einer noch! Macht ihr! Ich suche mal einen Medikit! Ich brauche einen Medikit unbedingt! Telefans! Oh, das war zu sagen, schon hab ich! Das ist so deprimierend! Rocktox, 22 Kilo! Ich 2! Das Medikit gehört mir bitte! Was ist ein Medikit? Also wie sieht das aus? Ich seh sowas nicht! Ja, ich seh das nicht! Das ist das grüne Kreuz! Weißes Kreuz! So, Westen noch! Dann wieder... So, wieder zurück Jungs! Wir haben nicht wie viel Zeit! Ich schätze jetzt kommen wieder Helis! Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Spawn schon wieder! Und vergesst nicht auch in den Pausen Waffen aufzuheben! Okay, da kommen sie schon wieder! Bitte! Alter, die halten jetzt schon was aus! Ich hab echt Probleme jetzt! Wer was braucht, müsst ihr was sagen! Ja! Ne, es geht grad noch, weil es nicht so viele sind! Und wenn es nicht so viele werden wie vorhin! Ah fuck! Ich seh's! Haha! Ist er runtergefallen! Ins Wasser! Da kommt noch ein Fahrzeug! Das wäre ein Heli, glaub ich, ne? Recht zu sein! Hat man hinter dir! Noch ein Fahrzeug! Nein, Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug! Ah, von vorne! Von den Jungs vorne! Aufpassen! Deckung gehen! Ganz wichtig! Immer wieder Deckung gehen! Zwischen durch! Nur zum Nachladen! Na doch! Ich geh immer wieder auch in Deckung, dass ich dich nicht anweseln können! Also wir haben die Welle erst zur Hälfte geschafft! Von der rechten Seite kommt auch was wieder! Wir kommen wieder! Ja! Jetzt hier unter Spitzung ist echt hilfreich! Irgendwie bin ich nicht gut an dem! Über rechts! Ich hab nix mehr zum Nachladen! Ich hab nix mehr zum Nachladen! Brauchst du es! Brauchst du es! Brauchst du es! Nee, lass weiter! Fahrzeug von hinten! Ich hab noch ne andere Waffe! Fahrzeug! Warte! Ich bin nie! Noch ein Fahrzeug! Schaffst du es! Nee, Lieferwagen! Lieferwagen! Warte! Ich schmeiß ne Granate diesmal! Granate fliegen! Einer übrig! Warte! Ist erwischt! Boah, dringlichen Mädchen! Unter uns im Wasser sind noch Leute! Einer noch übrig! Waffen wieder aufheben hier oder uns! Lass die unten im Wasser leben! Warte! Nee, wartet mal! Das sind noch zu... Okay! Ja, geht über links. Ich wollte auch ein Sturmgewehr oder sowas. Achter, kommt zu euch. Gut, alles aufsammeln, was geht. Verdammt. Und dann die Leute im Wasser töten als letztes. Ich brauche Medikant. Achso, Medikant habe ich voll. Okay, wir mischen. Oh Mann, ich wollte auch sowas machen. Achso, habe ich. Ich habe ausgesammelt. Achso, Entschuldigung. Achso, wir hatten so voll, Schatz. Nimm euch die Gewehre mit, unbedingt. Ich habe keine Panzerung und kein Leben. Wir haben noch Zeit. Der Junge ist total erschöpft hier. Der hat keinerlei Ausdauer, der Penner. Ich kann nichts mehr ausjagen. Okay, es liegt einmal die wenige Assault-Rifles herum. Ich sehe die letzten... Ja, dann bist du voll mit der Muni. Dann wechsel lieber die Waffe. Also ich sehe den letzten Typen, der liegt ja schon unten im Wasser herum. Nein. Aber nach dem Restart mit Panzerung wird der Deutsche Heuner. Ich knall den ab, dann... Scharfschützengewehr. Ja, ich kann damit nicht umgehen. Was? Dr. X, du hast ja zwei Minuten am Lebenskampf nicht teilgenommen, was? Ja, wir auch. Stimmt bei mir gerade. Ah. Soll ich zahre? Ja, egal. Ich töte jetzt den nach unten, okay? Ja. So. Äh, das ist ja... Ja, weil Dr. X nichts mehr getroffen hat. Ja, klar, weil ich nur noch mit der Dingens hier mit der normalen Pistole hochbelebt habe. So, Jungs, äh... Fert-Person schießen. So, dann wartet, ob wir reiten, vielleicht kommen jetzt wieder Helis. Ah. Ah, da rennen sie. Die rennen schon wieder. Da kommt halt hier. Und ist das Ding etwa nicht geladen, oder was, ey? Fuckin' shit. Nee, ist nicht geladen. Ja, ich habe keine Munition, verdammt mehr. Also... Ich habe keine Waffe mit Munition. Dann nimm andere Waffen. Ja, Ammo liegt am Boden. Du kannst... Ich hab auf. Wir... Du kannst, äh, verstehst du... Ja, hab ich doch, ey, wie wir steuer hat, äh... Pause ist. Einfach alles... Drei Stück auf links. Hier, die zwei Stück. Und, äh, auf links. Ich seh einen. Da ist überall keine Munition drin. Erster ist weg. Das ist meins. Lasst dann. Fuck, die ist daneben. Ah, nur hat er getroffen. Oh, fuck. Deckung, die ist... Deckung, 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 Deckung. Ich schmeiß wieder Granaten, weil da wisch ich was. Über links. Einer hat links. Heid links. Fuck, rechts, 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 jungs. Sorry. Rechts, jungs, ist einer. Es legt hart. Fuck. Es legt hart, man. Da kommen wieder welche. Mittelgang. Einer über links. Meiner. Und, Doc, dann laufe du die Leichen drüber. Da kriegst du auch Waffen. Du kannst dann Waffen auch wechseln. Du hast ja eigentlich alles eingesammelt. Was dieser Scheiß soll. Ich kriege nur... Dann Mausrad, dann... Hin und wieder steht bei den Waffen... Doc, 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 doc. Hin und wieder steht unter den Waffen auch noch so ein Pfeil. Aber wenn du eins von zwei hast, dann hast du mehrere Waffen. Das bringt nichts. Doch. Okay. Dann nimm eine andere Waffe, die Muni hat. Rechts wieder, rechts wieder. Ich krieg dir nicht rein. Er kommt bei mir. Dann lass ihn mal, Doc. Wenn ich doch vor dir ist, dann heb die auf. Hat mitgegangen, kommt einer. Ja, dann hast du... Wir sind die Panzer, die Jungs. So, haben wir. Doc, hink dir die Waffen vor dir auf. Waffen mehr. Was? Ich brauch, äh... 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 Granatwerfer. Hab ich. Sammelt euch ein. So. Ach, das geht uns los. Ich glaub, Runde 8 könnte die letzte sein. Entweder das oder 10, ich weiß jetzt nicht. Doch, oder noch mehr Waffen. Aber die Gesundheit hat sich erhöht. Bin am Weg zurück. Egal, das schafft er nicht mehr. Es geht schon los, es geht schon los, Jungs. Scheiß Husten. Ach. Ich glaub, dass das immer so schlecht fokussiert, ey. Fuck, ich werd' beschossen. Komm zur Mitte. Hinten. Achtung, Fahrzeug von hinten, Hartmann. Was du machst, ey. Ich muss mir die Raketenmunition sparen. Fuck. Man nimmt jetzt die Granaten, oder? Hab ich. Ich bin tot. Ich bin tot. Deckung. Nee, die sind tot, hab ich gesagt. Wettelgang. 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 Achso, Alter, jetzt hab ich schon. Fuck, die brauchen echt viel Schuss jetzt schon. Braucht er nix. Ah, hab ich gesehen. Fahrt, mein Fahrzeug. Bands, übernimm's. Fuck, ich übernehme. Da kommen noch ein paar Fahrzeuge. Ich schmeiße noch eine Granate. Wow, wow, shit, 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 shit. Das war nicht gut. Doch, ich geh, ich geh da vorne. Ja, da kommt noch jede Menge durch. Fuck, kommen viele. Komm schnell in die Toilettehaus. Die letzte Chance hier. Ich seh zu Rock Talks rüber. Toilettenhaus rein. Oh, wow. Zu rock Talks. Einmal in Toilettenhaus. Rein, 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 rein. Hinter dir. Da kommen wir. Hinter dir, komm. Komm, rein. Komm, rein. Komm, rein. Komm, rein. Komm, rein, Junge. Dann nimmt er so. Ok. Genau. Machen wir das nicht von Anfang an? Weil das ist kein Ausweg. weil du so, äh, das ist der Last Ausweg ist das. Du kannst immer an, bis wir mit linker Taste. Nach Land. Mit RT, ah, LT. Ja, ja, aber du musst hin und wieder auslassen, weil dann nicht am Autofokus. Achtung. Ja. Dann auch nicht tot. Äh, jetzt ist du tot. Der ist schon ziemlich tot, ja. Ja, ist schon tot, ist schon tot. Ja, das ist jetzt der letzte Ausweg, wenn es nicht mehr geht. Bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Einer von links. Ihr sponsern eh wieder, wir müsst wieder eure Muni aufheben. Ach, da kommen noch einige mehr, wenn es da ist, wie weit die Wave-Fest ist. Ja, vielleicht kommt da noch ein Handy, den kann ich dann machen. Einer über links, einer über links. Das ist mein Raketenwerfer. Da gibt es so glücklich mit Raketenwerfer dabei. 2, 1, ja. Stell dir vor, du hast so ein Raketenwerfer für mich. So? Sind sie tot? Ja. Und jetzt kommt nochmals. Nee, ist schon tot. Äh, jetzt kommen noch ein paar, sind noch ein paar, sind drei. Ja, ja, das war noch. Sind noch ein paar mehr. Also, ich würde gerne einfach raus, die Renner und das töten. Ja, ey. Ja, dann bist du aber selber tot. Vielleicht schaust du gar nicht. Also, schießt ihr jetzt wirklich mit, äh, Mann-Controller. Ja. Ja. Gut. Hey, Cyrino. Ich könnte mal eine Granate schmalen, wer kommen sie dann? Wir holen euch nur raus, noch. Uuuuuh. Hehe. Oh, die Leichenbrennen. Nee. Wer kommen sie jetzt? Ich hoffe mal. Da flinkt auf alle Fälle was. Ich würde warten, bis es fertig gemacht ist. Ah, wir haben ein Problem. Ey, ja, ich glaube, ihr habt echt ein Problem. Rock-Docks, Irene und spring ins Wasser. Oh, oh. Ja. Warte mal, vielleicht hört es auf zu brennen. Ja, alles geht. Fuck, maßen. Ah, warte mal. Ja, es hat auch. Oh, Glück gehabt. Oh, was ist jetzt hochgegangen? Vielleicht tötest du es die Feinde. Kommt was? Warte, einer kommt wieder, einer kommt. Ähm. Warte, schieß mir, wir sind da drin. Dann gehen wir lieber mal aus, wir schauen nach oben. Warte, 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 warte. Einer über rechts. Warte, es kommt wieder. Ah, einer brennt, einer brennt. Einer über rechts. 3, 2, 1. Okay, also. Tot? Ja. Links hinter der Deckung. Ich höre noch ein paar mehr, ich schau mal. Einer kommt, einer kommt, einer kommt, einer kommt. Zwei kommen, zwei kommen, zwei kommen. Da sind noch mehr, da sind noch drei Stück. Zwei kommen, 3, 2, 1. Abziel auf die Tür. 1, ah, geht rüber, jetzt. Warte, du gehst mit dem Schuss drin. Du stehst mit dem Schuss drin. So, wir haben keine Leute. Fuck yourself, baby. Das sind doch ein paar mehr. Ich würde langsam mal wieder ein bisschen Munition brauchen. Draußen ist ein Müllcontainer, wenn nicht. Einen habe ich noch. Ah, reicht schon wieder, reicht schon. Dann hol du dir mal Muni. Ich sehe mich nur den einen jetzt. Da, direkt vor uns ist einer. Warte, der kommt, der kommt. 1, bleib du da. So, oder dann nicht. Kommt über links. Sehr wurscht. Mach du, mach du, mach du, mach du. Mach schon. Jetzt, er kommt über links. Mach du. Ah, fuck. Fuck. Okay. Überlebt. Boah, war das knapp, ey. Immerhin. Schwede, so ein Scheißdrink. Ey, 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 ey. Okay, ich brauche unbedingt Ammo. So. Dann holt euch Ammo jetzt, was ihr könnt. Mach dich bereit für die nächste, Alter. Ich halte es noch aus eine Zeit lang. Oh, Minigun, Minigun. Es gibt doch noch eine, okay. Ich hole mir die Weste. Ja, holt euch den Minigun unbedingt. Minigun ist, glaube ich, letzte Runde. Da dürfte entweder neun oder zehn in letzter Runde sein. Alter, es geht los. Äh. Ja, äh. Die ganzen Waffen hier rumliegen. Da liegt auch noch was, Doc. Holy fucking shit. Sie kommen schon, sie kommen schon. Sie wollen direkt bei uns hier. Scheiße, ey. Sorry. So, Klo, Klo. Zurück ins Klo, direkt ins Klo, direkt ins Klo, Jungs. Fuck. Fuck, bin fast tot. Ja, 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 ja. Ich habe ja gesagt, wir sollten nicht so weit vorlaufen. Das ist böse. Überlebt. Nein. Da war keine Munition. Ja, da liegt auch Muni rum direkt beim Spawn. Natürlich. Da war nix. Die ist auf der Karte markiert da. Da, diese Gewehre. Das sind alles Waffen. Das ist fast keine Munition mehr. Dann hast du wahrscheinlich die falschen Munitionstyp ausgewählt. Dann hast du wahrscheinlich für die Munition schon, äh, der Minigun. Der Minigun. Ich habe ein Präzisionsgewehr. Alter. Einer kam noch. Ja, dann musst du eine andere Waffe auswählen. Dann hast du wahrscheinlich die anderen Waffen schon voll Muni. Ich habe doch nur noch die Pistole. Natürlich. Die sammelst du noch die ganze Zeit auf. Rein, rein, rein. Fuck, fuck, geh zurück, geh zurück. Maus, du musst mit dem Mausrad, kannst du die Waffen wechseln. Da hast du sich ja ganz viele Waffen in Munition. Ich habe nur noch ein Präzisionsgewehr gehabt. Ja, weil du jetzt gestorben bist. Ach, ist jetzt auch egal. Komm, kommt wieder. Ihr Feiglinge. Ich muss mir dann auch noch weniger nach der Runde. Fahrzeug, komm. Aber die lassen mal aussteigen im Fahrzeug. Die steigen eher aus und laufen her. Ich möchte eine Anzeige, wenn jemand kommt. Sei von rechts. Ja, liebe Leute, und wie dieses Gemetzel ausgeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss, Sikowski. Fuck. Kann sich der Wände schießen, aber auch. So, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Da kriegt der Schaden, wie krass ist das denn? Ja, und momentan sind nur noch Hartmann und Rockdogs am Leben. Hartmann ist das Vibe mit dem harten Arsch. Und Rockdogs ist der Mann mit der coolen Mütze. Er hat eine Mütze auf? Ah ja. Ja, daka. Ja. Rockdogs, wo was du meinst? Ach, dann zieh ich weiter auf die Tür, ey. Immer noch vom Überfall. Ich habe dir noch keine Zeit, die abzunehmen. Alter. Ich hoffe nicht, damit wir hatten in einem Place. Ich meine, ihr beide da so gemütlich auf dem Klo und mit Stroh und Mütze und so, das könnte doch... Ja, ja, das könnte doch nur... Und Waffen und Pulver und tauchen Leichen vor der Tür. Nee, dann bist du sofort hinüber. Ich glaube nicht, ich bin dann sofort tot. Wenn du genug Munition hast, dann... Ich habe nicht mehr allzu viel dabei. Im Winni-Garn hole ich mir nach der Runde immer noch. Runde 10 wird eh lustig, aber wir gehen dann direkt ins Klo. Ja, ich will mal was anderes machen hier. Ich schätze mal, Runde 10 wird die letzte sein. Ja, dann dock, danach springst du wahrscheinlich drei Längen. Ja, ist mir doch egal. Also, ist es wert. Diese scheiß Ballerei geht mir auf die Eier. Rockdogs, du könntest jetzt raus. Theoretisch. Na, schnell, 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 schnell. Out, zurück, 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 zurück. Glaubst du da nicht, aber... Wird direkt beschossen. Ich hasse Gewalt. Alter, fast kein Leben mehr. Ja, fuck you. Alter, die mähen wir jetzt nur um. Die sind schon tot. Du brauchst da die Neuner. Wie viel ist, weil dein Plan funktioniert. Ah, so viel ist besser. Kommt noch ein Auto. Nein, ich habe keine Munition mehr. Ja. Dann nimm mal andere Waffe. Ich habe die Minigar. Jetzt kommen viele Fahrzeuge draußen. Stürmschrotflänter, Stürmschrotflänter, ja. Oh, fuck. Jetzt kommen viele. Okay. Du schaust auf die linke Tür, seid nicht auf die rechte, okay? Du, die Mitte, mach da beide. Klar an. Also, was ihr das schafft, spendier ihr Bier. Ja, dann gehen wir nachher ins Pub. Okay. Gut, so. Ja, Mann. Ja, aber du musst mir eins mitbringen. Aber du hast überlebt. Fuck. Ich habe auch fast keine Muni mehr für die Minigar, ne? Nachladen. Hey, Alter, die Stapel sind ja schon hier. Du kommst ja wohl gar nicht mehr aus der Tür raus. Nachladen. Fuck, ich habe keine Muni mehr für die. Kann man eigentlich die Waffen auch auf die Schnelltasten irgendwie legen? Ich habe noch Maschinengewehr. Lade nach, lade nach, was geht. Ne, ne, wenn du meinst, wenn du leer geschossen hast, wechselt der Automat. So. Ja, ich will... Normalerweise tut der Automat schna... äh, Waffen wechseln, wenn du leer geschossen hast. Ich will nicht einfach auswählen, sondern über Tastendruck. Schwule Spiel, scheiß spielen. Ich glaube nicht, dass das geht. Es geht ja nur mit dem Mauswort. GTA 5 ist ja sowieso für den Arsch, ey. So ein... Aber der Konsole ist übernommen worden. Also sitzt, sitzt du nur die ganze Zeit rum und guckst dem Rocktalks beim Ball. Ja, wenn du so früh stirbst. Ich glaube, ihr zwei geht eh sofort ins Klo. Ja, wir gehen alle jetzt ins Klo in der letzte Runde. Du lachst da nicht. Lade wie letztes Mal. Einer kommt, glaube ich, jetzt über längs. Ja. Zweier kommen über längs. Zweier. Warte, sie kommen wieder. Ja, sie kommen wieder. Einer ist direkt dran. Ja, er kommt ja schon wieder an die ganze Welle. Er kommt da. Ist schon tot, ist schon tot. Leider nach. Ist direkt an der Tür. Da. Alter, schießt noch. Leider nach, was geht? Not enough. Alter, ich will da raus. Ja, du bist sofort tot. Du bist sofort tot, bleibst. Achso, du bist Muni. Woohoo! Lauf wieder rein. Wow, fuck. Hast du wieder Minigun? Ah, das geht mir immer auf den Sack. Beeil dich. Achso, es kommt einer. Da kommen einiges. Jetzt können sie mich am Arsch lecken. Nicht weitergehen, nicht weitergehen, Rocktalks. Du stehst mir sonst den Weg. Er kommt schon. Ja. Hartmann, spart ein bisschen Ammo. Ist tot, da kommen jetzt wieder welche. Ja, vergleichst viel zu viel Ammo mit dir. Mühe, mühe, mühe. Wir spielen Blende Kühe. Kommt halt. Glatt nach. Arschlöcher. Kommt halt. Alter, mir ist langweilig. Du, die hat immer noch so viel. Nee, nichts Geduld, ey. Ja, ins Geduld. Mach mal schneller. Geh raus. Rambo. Boah. Jetzt sind wir tot. Wer hat, man muss den Rambo machen? Mit der Minigun, ne? Die andere Seite decken. Fuck, das sind voll viele. Ah, scheiße. Fuck, ich bin tot. Genau das passiert nämlich dann. Geh zurück. Keine Munition, ja. Von links? Nein, doch. Sie kommen wieder. Links. Doch, kommt jetzt von links. Die Welle ist fast. Geht wieder vorbei, ey. Ja, das sind nur 10 Leute vielleicht. Von rechts. Ja. Ach, von rechts kommt einer. Von rechts kommt einer. Wie geil ist denn das? Kommt noch einer. Jetzt hast du keine Muni mehr. Darum wollte ich nicht rausgehen. Aber das sind nur mal 3, glaube ich, die da drin sind. 3, die draußen sind. Achtung, jetzt kommt wieder einer von rechts. Alter, 3 Schüsse. Ja, das sind... 2 sind es noch, dann hast du es geschafft. Ja. Die sind beide, wenn du rausgehst, direkt links. Hast du vielleicht Granaten oder so? Ja, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Achtung, einer kommt, einer kommt, einer kommt. Zurück. Nice. Sehr nice. Letzte ist irgendwo links hinten. Er kommt jetzt auch, kommt jetzt auch. Geht zurück. Ja, die Brücke oder so. Läuft nach links rüber. Der kommt, der kommt, der kommt. Da brauchst du eine andere Waffe. Da bekommst du jetzt zuerst. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Wieder nicht. Okay, will sie dann, will sie dann? Will sie dann? Direkt da beim Fahrgeschäft. Der hat eine Mini-Guard. Achtung. Ja, das war es mit ihm. Siehst du ihn? Wow. Oh, fuck. Mein Bier steht. Null Kills. Null Kills. Ja, Jungs. Waffen fassen und direkt zurück. Letzte Welle müsste das jetzt sein. Das ist irgendeine Waffe, das ist irgendeine. Ihr klaut mir die ja auch immer vor der Nase weg. Ach, ihr mollet mich doch. Sammel irgendwas. Jetzt hört mal, hier liegen bei den ganzen Leichen, liegen Waffen rum. Alles, was man macht. Drück, 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 drück. Wir mocken dich gar nicht. Ich brauche doch eine Waffe. Direkt in den... Mock Minicamp. Direkt rein, direkt rein, Jungs. Hoch rein. Direkt rein. Oh, wir waren. Ja, weiß ich doch nicht, wo hier irgendwas. Ja, ins Klo. Gäste, ich muss raus. Ja. Lauft. Komm, ich habe keinen Bock mehr hier. Scheißspiel. Ja, also, sagt ihr doch zurück. Ich brauche auch immer eine Waffe, vervierte Kacke. Nein, ich habe keine Waffen. Du hast doch Waffen, normalerweise. Einmal fest, der Druf. Rett, hopp. Deck einer bitte nach hinten. Alle rein. Aber, Alter, wie trifft mich der? Ich schätze mal, es kommen gleich wieder Helis. Okay. Weg. Ja, Heli, komm. Der kümmere ich mich. Scheiße, verfehlt. Rocktags, rein, 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 rein. Weg, 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 weg. Erster Down. Ich habe nur eine Rakete. Rocktags, du stehst im Weg. Schieß drauf. Links. Ja, ich versuche, den Helis abzuschießen. Wenn sie kommen. Oh, sie kommen gleich. Dann links. Nee, nee, nee. Nicht raus. Ach, der Helis kommt wieder. Ich versuche, einen abzuschießen mit der letzten Rakete. Ich versuche, einen abzuschießen mit der letzten Rakete. Ich versuche, einen abzuschießen mit der letzten Rakete. Triff. Ja, getroffen. Den letzten Helis müssen wir mit der Minigun machen. Ich habe keine Emotionen mehr von Raketenwerfen. Der ist, ich wünsche wieder ein durch Wohlflinte. Spat Munition. Ja, für die habe ich genug. Ja. Spat euch, längst schaffe ich. Okay. Warte, Mann, die Minigun könntest du da holen. Fuck. Warte, noch ein paar. Ich habe nur 62 Schuss für die. Warte, ich nicht. Nachladen. Edi kommt wieder. Fuck. Warte, Mann, in der für Minigun. Warte, kurz. Fuck, der Heli steht rein, der Heli steht rein. Hab, Mann, Lauf zurück. Ja, ich wollte ja sofort wieder umdrehen. Ich habe doch gesagt, du hast nicht rauslaufen. Ich habe gesagt, das hat keinen Sinn bei dir. Begegnemassen. Ich habe kaum mehr. Drinbleiben hättest. Aber wir haben es fast geschafft. Noch ein, zwei Infanteristen und dann den Heli. Den Heli schaffen wir. Wir müssen mit dem Heli nur auf die Gunner schießen. Stimmt, Leute. Und es liegen eh genug Miniguns draußen. Die schaffen wir dann schon. Erstmal die Infanteristen abplanen. Drei von Links. Einer von Links. Nein, lad zu riskant. Die kommen noch. Nachladen. Da sind noch da. Ne, das sind noch mehr. Das sind die letzten drei und dann der Heli. Das sind eher zehn, nur. Ja, lauf da mit dem grünen Kreuz. Egal, die schaffen wir. Das grüne Kreuz ist ein Minigick. Es könnte, glaube ich, einer raus. Wenn... Ne, der kommt, er kommt. Die kommen. Im Heli geht keiner aus. Nein, er kommt. Sorry für... Drei von Links. Ja, verständliche Deutsche, aber... Erst wenn wir die Infanteristen kommen. Fuck, der hat er vorhin reingeballert gleich. Bin getroffen worden. Da seh ich noch. Nachladen. Drei, da kommt noch was. Halt, halt, halt. Da kommt einer. Leib drin. Brauch nicht. Mann. Das sind drei, jetzt zähle ich jetzt noch. Ja, kommt doch wieder. Zaun sie ab, bitte. Kommt wieder. Ist jetzt an der Ecke. Vier seh ich, vier seh ich. Da ist er. Ripsi, du könntest ganz langsam nach vorne und dir die Waffe holen, wenn du fast nichts mehr hast. Na, ihr habt genug Munition, dass ihr das nicht machen könnt. Nein, lass es. Okay. Ja, da kommen noch einiger. Okay, sind nochmal vier. Minigun erst am Ende, wenn wir alle Infanteristen weg haben. Dann um den Heli zu können. Auf den Piloten schießen. Wie sonst? Ja, aber im Minigun ist es effektiver, der ist nach ein paar Schuss zu down. Bitte draufhälst. Es ist ja, denn du bist aus, ich habe keine Infanteristen mehr. Es ist mindestens einer. Ja, einer ist noch da. Zwei seh ich noch auf der Minimap. Ich sehe keinen mehr auf der Minimap. Einen seh ich noch mehr. Ja, da kommt einer. Ne, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Da sind noch drei. Drei. Okay, es sind noch drei. Einer, wenn er rauskommt, ist gleich links. Die anderen zwei sind unten. Liebe raus und holen eine gute Waffe. Ich schaue, ob ich den links erwische. Die Waffe ist gut, die ich habe. Rennen, 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 rennen. Rennen die zwei Kumpen. Rein, 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 rein. Fack, sie kommt. Ja, ich seh's. Okay, ich fes. Fuck. Aber einen habe ich erwischt. Die zwei kommen. Ja. Ja, 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 jetzt. Noch einer. Ja, wo ist er g'siht? Da, da und vanterie. Ja, wir haben ihn. Waffen aufheben und... Geht, Deckung. Also ich hätte... Wäre bereit. Mach ihn. Was ist der Milligun? Okay. Ich hole ihn mit der Milligun runter. Wunderbar, wunderbar. Alter. Das war er. Okay. Das war die Mission. Alter, nice. Will ich jetzt so... Boah, 30.000. Ich habe zwei Level geschafft bei der ganzen Mission. Ein Level geschafft. Level 4. Oh, doch, wie viele Level best denn du jetzt? Ja. Okay, egal. Aber trotzdem ein Level. Kohle ergekriegt und Ende. So, das war diese Mission. So, ich habe jetzt keine Hoffnung auf Missionen. Ich glaube, wir machen freies Ding. Ja. Ja, ich glaube, das war's eh für heute. Ich bin so durchgeschwitzt. Ja. Ja, gut. Sage ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber war, glaube ich, lustig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Oh, ich bin doch zwei Level aufgestiegen. Ja, ja. Ciao. Bis denne. Ciao. Ja, sag ich doch. Ciao.